ja hi zusammen herzlich willkommen zu diesem video und zwar mit der neuheit 2022 funke und der blaue berber der fan pirat hier noch dieses logo mit dem fremden sehr sehr lustig f2 schwarz pulverböller knaller 30 gramm auf alle verteilt 20 stück sind drin so sehen sie aus mit 1,5 gramm sofern die stadt jetzt mitbekommen habt jawohl wir sind auf jeden fall sehr gespannt und viel spaß mit diesem video so jetzt kommen die blaue berber und robin zündet den ersten f2 gut